so mal wieder ein eindecken mit allen sehr oben gibt es nicht oder hier gibt es noch die nehmen das sowieso wieder nicht so die den coach ist das so ein ding sollte ich vielleicht für mich aufheben aber was soll's da kann ich mir das hier hinten mal jetzt so okay hast du alles jetzt nachladen ja dann lass uns weiter hier gasflasche ja die ist viel besser was denn was ist denn jetzt schon wieder was schreckt ihr denn immer so irgendwas geschmissen oder was das ist schon wieder auf mich mann nur faul nennen sie naja hier Hausrat erfahren eiliger Binder lustig komm her hinten steht noch ein Bauarbeiter der wird jetzt gleich kürb gemetzelt oh nein, oh nein oh nicht mal diese Hand oh nein voll 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 verlassen voll Pfosten wir sind da hinten jetzt gleich wieder gehalt vielen Dank wo ist die und mal ist die dahinter hier sind die ersten handwerken müssen die man nicht das machen soll diese die einschlüsse leuchten irgendwie und das zombie dahinten liegt irgendwie hat es denn hier kann man hoch und dann heute bleibt man hier jetzt noch nicht wieder ab oder kann man da oben wie kommt irgendwann jockey ich weiß noch nicht von wo dann gerade es waren der leid ich komme komme immer die leute kurz Nein, bitte, die hauen, richtig. Boah. Warte. So. Bitte, Schluss. Bitte. Boah, voll runtergefallen. Alter. Es war heute nicht fast, äh, fast. Echt? Eingesaugt. Ja. Was gibt's denn hier? Ach, fast wäre ich schon wieder runtergefallen hier. Also da ist, glaube ich, eine Wand. Was ist denn hier? Da geht's weiter? Nein, bitte, ich hab den da voll in den Kopf getroffen. Gibt's jetzt hier weiter oder wo geht's weiter? Ich glaube, da hinten geht's weiter. Ey, schuf mich nicht runter hier. Ach, warum denn? Ich bin genau ein bisschen... Was denn? Da drauf zu kommen. Wir gehen einfach wieder runter, heute. Was gibt's hier? Da kommt ein kleiner Drecksack, der kommt grad die Leiter hoch. Wo bist du? Hier hinten. Bei dem Zoo. Okay. Ist der grad runter? Ne, ist tot. Der ist grad runtergefahren und dann gestorben. Komm, wir gehen wieder runter. Runterspringen ist keine gute Idee. Okay, ich hab' ich das Wort gefragt, der kann die Seite hoch. Mann, hab ich ihn getroffen? What? Wir sind echt zu lange an einer Stelle. Wir überlegen zu lange. Ach, es ist leer. Ach, toll. Sorry, Gott. Okay. Hast du noch Heilzeug? Ich heile mich jetzt einfach selbst. Okay. Man kann die... Oh, da ist es leider alleine Platz machen. Okay, ich hab' ich doch nicht. Ich hab' was für nicht. Wie das sieht aus. Hast du was? Ja. Wir machen erstmal die Zunge. Geh' nicht zu ner Rand, mach' die Tasche in den Bauern. Oh, scheiße, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, bei 3, 2, 1, jetzt. Oh, scheiße, das hast du mich gemacht. Der sind die Zunge. Vielleicht hätte ich mich, äh, das aufheben sollen. Super. Vielleicht wieder ausliegen. Hm. Guck mal jetzt. Ein kleiner Monitermacher. Ein kleiner Monitermacher. Ja. Ja. Da kommen wir da. Ich glaube, ich wechsle die Waffe. Jeder schnappt sich in der Waffe. Ich mach' nur die Waffe. Warte. Nein, 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 nicht schon wieder, ich wollte abhauen. Oh, voll weg, voll weg, voll weg. Schon wieder? Da war doch grad erst eine. Lade nach. Oh, guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Schmeiß' mal ne Rohbombe. Warte. Und, 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 und. Ja, ich hab' sie getroffen. Sehr gut. Ich werd' nach dem Ort hochgehen können. Noch eine? Warte, warte. 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 Warte, warte, warte. Oh, super. Komm, 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 nacht mal, nacht mal. Warte, warte, warte. Ja. Oh, geh' grad voll drauf. Tumt. Schaffst du's noch? Oh, fuck. Jetzt bin ich schon zweimal gestorben. Ich bin so schwer. Ich werde mich nicht wiederbeleben. Ich muss jetzt hier lang, hier hoch gehen, glaube ich. Ja, geht da hoch. Ja, ich beobachte dich. Okay. Oh Gott. Ach, du meinst, der neben uns? Nee, oder? Schon wieder eine? Ja. Oh Gott, wie viele gibt's denn da? Warte bereit, Leute. Wenn ich gerade nichts zu tun habe, kann ich ja ganz gut... Ach, die Kassen haben wir aus, wir gehen einfach durch, was? Ich kann heimlich gucken, wer hier geschrieben hat. Wenn ich mit meinem... Nicht die Wirtschaft-Alarm. Ach, der ist hier drin. Ach, hier ist ein Tier. Geht mal weg. Guck mal, ob ich... Äh... Erlebt dich da. Antworten mal ganz kurz. Ach, ich will wieder. Ich hab grad... Ähm, was gelesen. Hier ist ein Reichschwert, eine Axt und eine Motorwege. Hier gibt's hier, sieh, 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 hinten. Guck mal, hier gibt's da, was soll ich? Die Robo-Motor, glaube ich, mehr. Ähm... Wo ist denn? Ein Schwert? Gibt's hier vielleicht, ähm... Was war? Für die zwei, wenn die sterben sollten. Eine Witch? Ich hab'n Jocker, äh... Das ist gut, weil, das Leben fand ich, wir leben. Da warten wir, bis sie sterben. Ich hab' gerade, äh, von wo bist du gekommen? Ich hab' grad' nicht geguckt. Wofür steh' mir nicht grad? Von hier, da sind wir gekommen. Also in diese Richtung, oder was? Oh Gott, er ist schon wieder ne... Ja, ein Feuerspucker! Witch... Die Witch... Da oben... Da oben ist sie. Was hatte ich auch nie geballert? Der ballert schon wieder auf mich. Oh, völlig tot. Äh, ich kann sie ja wieder... Kann sie ja wieder bele... Geht weg, geht weg, Leute. Ihr bösen Schein... Zombie! Oh, pass auf. Ich hörte fast auf dich geballert. Ach, der lebt immer noch. Gewehre, das ist das Gewehr von mir. Schade, man kann das Ding aber nur einmal benutzen. Wenn wir kurz auch mal umbringen, dann... Passt du ja in das Leben? Lebst du wieder, also heul nicht rum, Mann. Meinst du mit Code? Sollen wir den mal... grad machen? Ey, ich kann den nicht wiederbeleben. Ach, hast du schon? Das kann man nur einmal benutzen. Ja. Oh. Oh, Boomer! Interessant. Gott, Smoker hat mich! Und so schnell ist mein Leben wieder unten. So neuer. Was mach den denn da? Gibt man die Pistole? Gibt man die Pistole? Ich glaub ich benutze die wäre es schwer. Privates mit Pistole oder... Guck mal wohl... Wieso bist du ganz... Guck mal mal Waffe. Guck mal mal Waffe. Ja, schön, dass du das mal sagst, das mach ich die ganze Zeit, so an die Taufe ist geangelt. Ja, wenn ich mit Zombies kämpfe, dann kann ich nicht zuhören. Du bist da hochgekommen. Also... Ja, auch klar. Das ist irgendwas. Das ist irgendwas. Das war ja. Das... Das... Das willst du gerne. Das tut mir leid. Das ist glaub ich zurücklassen. So weit. Oh mein Leben. Jetzt ist er sowieso tot. Oh shit, und ich auch fast. Danke kurz. Oh, nicht schon wieder eine. Oh, mal Lichter. Wenn es anders. Oh, noch eine. Alter, da hinten ist noch eine. Da ist eine. Da ist eine. Pass auf, dass du nicht auf die schießt. Ich hab noch keine Rohrbombe. Da macht euch auch. Ich schmeiße es zu der da hinten. Rohrbombe. Das passt glaub ich nicht. Doch. Und die da hinten? Das glaub ich auch dort. Ja. Oh nein. Tank. Ein Tank. Der kommt glaub ich von hier hinten. Oder auch nicht. Okay. Hier ist der. Oh shit. Shit. Jetzt kommt er zu mir. Jetzt kommt er zu mir. Jetzt kommt er zu mir. Oh shit. Nein. Wehe die stirbt jetzt. Komm. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Oh nein. Nein. Die ist tot. Ich wusste, dass wir es nicht schaffen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind wieder. Ähm. Hier. Achso. Sollte ich vielleicht für mich aufheben. Aber was ist das? Wie sind die denn da? Hast du geguckt? Gehts gut und durch. Alter. Ah. Alles nochmal. Neu. Hab ich nur. Besser. Danke. Aufpassen. Hast du. Hey du hast. Einer kann noch. Das mitnehmen. Er sitzt dann fest. Du. Mach du. Warte. Warte. Ich heil nicht ganz schnell. Ist ja der Anführer. Ach shit. Jetzt hab ich losgelassen. So. Viel besser. Ach. Erleichterung. Also wir rennen jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Das ist eine. In der Hoffnung, dass wir es überleben. Gleich greift mich schon das erste Zombievieh wieder an. Schade, ich hab das Schwert nicht mehr. Ach oder. Losballern. Und dann jemanden zu treffen. Zum Team. Ja. Bei der Axt ist so ein bisschen. Da ist niemand der. Komm wir gehen einfach weiter hier. Lass die einfach zurück. Und. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Oh. Hm. Ja. Das war jetzt. Äh. Ein versehen. Pellen. Boomer. Warum nicht? Ich will nur den Boomer haben hier. Der Hauptpinn. Ja. Danke. Da ist jetzt direkt eine Leiter die. Ich kann die Leiter auf dem Rohr laufen. Genau. Das mache ich jetzt so. Da kannst du mal da oben runter ballern. Wieso falle ich jedes Mal runter? Hast du eigentlich halt nicht so? Weiß nicht. Das ist so ein bisschen. Hinter dir. Oh. Oh. Das hört ich nicht früher. Ne. Scheiße. Ich bin raus. Komm und raus. Um dich zu retten. Hehehe. Heuhe. 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 Dann gehen wir direkt weiter. Ja. Wo ist denn die Tante … oh shit ist hier, ballern wir auf den oder was machen wir. Gehen wir. Gehen wir, ne Devils man ab, rumzugehen. Nein Scheiße geht es nicht weiter. Hier können wir ganz an der Seite gehen. ja komm 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 fuck die ist direkt hier geht nicht, geht nicht komm komm weiter, weiter weiter hat er die auch geweckt? ja ja umschüttet charger dann steht die ja gerade oh shit ja das ist total krank hier gerade warte mal, warte mal, warte mal hm was denn ach du hast wirklich danke ich hab mir nicht rum ich hab mir nicht rum hm behalte ich das nehme ich lieber das komm 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 da hinten kommen ganz viele zombies da kommt mir gucken lassen wir die einfach zurück was los da bist du wir können jetzt mal so ein bisschen einfach durch der hoffnung dass wir das länger überleben was denn vorsicht als hier oder sie wird hat irgendwas noch ein jockey da oben ist noch eine halte steht jetzt komme ich noch mal der jockey hat mit der jockey hat mich ja auch schon aussieht 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 Geh weg! Geh weg, du Scheiß-Zombie! Ich komme, ich komme, ich komme! Es ist alles schwarz! Jetzt ist wieder hell! Danke! Oh fuck! Meine Güte! War doch keine so gute Idee! Oh, jetzt hab ich voll auf dich geballert! Wenn ich sterbe, du musst dann! Meine Güte, das ist echt... Danke! Was denn? Was denn? Da ist wieder die andere! Hier ist, glaube ich, ein Pack! Hier, ich glaube, das kann so wohl brauchen! Ach, der 10 kommt der jetzt, glaube ich! Warte, hier, komm, hier! Habe ich dich ganz schnell! Danke! Warte mal, wir müssen uns vielleicht einen Platz suchen, wo wir erst mal gefützt sind! Weil da hinten ist, glaube ich... Mist, das Wasser sammelt sich! Kann die Leiter nicht helfen, ich habe eine Pistole! Warte, das ist doch jetzt keine... Lade! 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 Und Jaja... Und Boomer! Denn ich mir grad mal vorknüpfe! sommer kann man in dieses häuschen hier reingehen das wäre jetzt ich glaube nicht aber es ist halt oben offen es ist oben offen hier ist eine kettensäge ich habe was zum heilen gefunden die kann man alles loben ja danke jetzt guckt hier sind alle jetzt dann lassen oder ist noch eine witsch mach ich was du licht aus wieder das man das machen wir gehen so ganz leise schleichen da ist ja genau kriegst du nicht noch eben her komm hier ja komm her ich glaube der tank ist da oh shit da drüben ist er jetzt brauchst du auch nicht mehr flüstern jetzt wurde mich voll getroffen ich muss nachladen ist er tot ich würde ja gerne aber ich muss denn nicht nachladen ah wenn es dich nochmal umhaut ist es immer voll egal okay danke was ist das weist dich zusammen man du musst das schaffen ja ihr müsst das schaffen man ich habe mich wirklich noch was weh ihr frägt mich jetzt hier oh shit ja sagt den vorken die frägt dir nicht boom hier ist ein heilungs oh nein holen sie den Aufzug oh das wird dann total krank dann kommen sie nämlich alle vielen dank wir wünschen lassen wir uns ein rohr komm wir gucken erstmal ob es irgendwas noch gibt das ist eine sehr sehr gute außer Zombies hier die gibt ja überall oh meine Güte ja das ist einfach Spaß oder schon ich glaube mehr gibt es hier auch gar nicht ich hole jetzt den Aufzug wo bist du hier hinten hinter dir ja ich hole jetzt wird es richtig ich stelle mich mal hier so in Richtung Treppe treppe hau überhalte hier hinten hin verteidige ich es dir meine Güte von wo kommen die denn überall das ist ein Pörklick oh shit der hat mich warte ich komme ich komme er hat mich ja ich brauche Hilfe da ist ein Jockey hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hier ist ein Jockey boah sag ich doch das wird total krank das ist gar nicht wie das hier boah ich trifft den scheiß kopf mich hier von dem scheiß Zombie ich kann dir leider nicht helfen Hilfe essentiell es ist jetzt echt keine Zeit man los hoch steh auf oh danke Brex zeug alles voll mit dem Schmierstatt der Aufzug ist da komm schnell rein komm rein komm rein komm rein oh nein nein ich hab da noch was zählt danke dauernd unser Leben geht nichts gut aus überhaupt nicht ich hoffe da unten geht es irgendwie was zum heilen da ist Coach sonst sind wir echt ja wir sind ja gleich da ganz ruhig okay licht aus hier gibt es kein lichter hier sieht man auch nichts komm hier kann man aufs rohr gehen da ist mal wenigstens stückchen höher da läuft ein zombie da läuft ein zombie komm wir gehen kommst du töd ich mal aufs rohr da ist ein rohr Mann ich hab eine da gibt es sogar zwei ja ne das ist trotzdem da kommt die Doofel Okay da gehört jetzt gotter noch ein Charter wo ist er denn wie hast du das gehen komm hier jetzt auf das rohr auf wenn wir noch länger hier bleiben dann kann man ach das ist gut bist du auf rohr auf oh jetzt genau wo ich gelangt ihr wollte hä was denn jetzt springt sehr hoch und stört boah jetzt wird es richtig komm komm einfach so eine Rohrbombe komm 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 einfach durch oh scheiß ich hab die witch aufgewälzt das war die witch oh shit ich hab die witch voll getroffen ich das wär ein zombie jetzt sind alle tot vorsicht nein wo nicht Ben ist tot bin gefragt mal wieder zum dritten mal inzwischen ach leg mich da einfach durch irgendwo ist ein ein Hunter Loll alles ist grau schwarz weiß und herzrasen hört man oh man guck 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 und Handsteller und da sind und Massen ach du meine Leute ich bin nicht serisch ja ne ist Rossell doch nicht ja ich kann ja wohl nicht draußen rumlaufen ich bin tot hier gibt es einen Schutzraum als einziger mal wieder okay komm komm jetzt komm rein verhalten es doch danke scheiße man wir haben es gepackt ja boah schon wieder gestorben hier ich bin tot son wir retten dich boah das geht